Karl Lauterbach und seine Kollegen der Regierung betonen immer wieder, wie gut Deutschland durch die Corona-Krise gekommen sei. Besser als andere Länder und besser als man anfangs erwartet habe. Doch nun ist ein neues Krankheitsbild in aller Munde. Keine neue Variante, nein, eine neue Krankheit, die aber im Zusammenhang mit Corona steht. Long-Covid. Nach fast drei Jahren Corona-Pandemie ist im Alltag zum größten Teil wieder Normalität eingekehrt. Doch die Nachwirkungen sind angeblich noch weltweit spürbar, besonders für Menschen, die unter Long-Covid leiden. Laut neuesten Schätzungen soll sich die Zahl weltweit auf mehr als 65 Millionen Fälle belaufen. Ein Forschungsteam hat jetzt die aktuelle Wissenslage zu Long-Covid analysiert und fordert dringend weitere Forschung auf dem Gebiet, denn es gibt noch viele offene Fragen. Ein einheitliches Krankheitsbild für Long-Covid gibt es bislang nicht. Zu den häufigsten Beschwerden zählen allgemeine Beschwerden wie Müdigkeit, Erschöpfung und eingeschränkte Belastbarkeit, Kurzatmigkeit, Konzentrations- und Gedächtnisprobleme. Beschwerden also, die viele Ursachen haben können. Kein Wunder, wenn Mediziner über ein Krankheitsbild rätseln, das den Betroffenen das Leben schwer macht. Als Beispiel sei die Schauspielerin Felicia Binger erwähnt. Jung, sportlich und jetzt krank nach Corona. Drei Jahre ist es morgen schon her, dass die erste Corona-Infektion in Deutschland bestätigt wurde. Und während die allermeisten nach einer Erkrankung, nach kurzer Zeit wieder fit sind, gibt es aber auch Menschen, für die ist seit Corona nie mehr Normalität zurückgekommen. Felicia Binger ist Schauspielerin, 29 Jahre alt und seit ihrer Corona-Impfung krank. Mehr als anderthalb Jahre später geht es ihr noch immer schlecht. Brennen am ganzen Körper, was von diesen Gefäßentzündungen kommt, Nervenstechen, extreme Schmerzen am Körper, neurologische Schwierigkeiten. Heute muss sie Medikamente nehmen und ist in Behandlung. Raus geht sie kaum noch. Es gibt bisher auch keinen Test oder einen eindeutigen Nachweis für Long-Covid. Damit die Diagnose Long-Covid gestellt werden kann, muss man zuerst andere Gründe für die Beschwerden ausschließen. Wie kann man sich vor Long-Covid schützen? Bislang ist zur Vorbeugung von Long-Covid nur wenig bekannt. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist die beste Möglichkeit, sich vor Long-Covid zu schützen, eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 mithilfe der sogenannten Impfung und der empfohlenen Infektionsschutzmaßnahmen zu vermeiden. Okay, hätte ich mir fast gedacht. Wie immer ist die Impfung der beste Schutz auch vor Long-Covid. Dumm nur, wenn auch mehrfach und vollständig Geimpfte sowohl an Corona als auch an Long-Covid erkranken. Dazu aber später mehr. Vor einiger Zeit hat Karl Lauterbach zu diesem Thema ein Interview gegeben, das für große Verwirrung gesorgt hat, mit der Rheinischen Post. Und da lesen wir, Zitat, Etwas weiter stoßen wir auf eine Anmerkung der Redaktion, die darauf verweist, dass es einen Autorisierungsfehler gab und es sich hier um die korrigierte Fassung dessen, was Lauterbach ursprünglich gesagt hat, handelt. Also, Karl Lauterbach hat in seinem Interview etwas gesagt, was er besser nicht gesagt hätte. Das Gesundheitsministerium hat das nachträglich bemerkt und seine Aussage wahrscheinlich korrigiert. Schauen wir uns an, was er ursprünglich sagte. Auch wenn es nicht leicht war, die Originalfassung im Netz zu finden, aber das Internet vergisst nichts. Im Original sagte er, Studien haben mittlerweile sehr deutlich gezeigt, dass die Betroffenen es häufig mit einer nicht mehr heilenden Immunschwäche zu tun haben. Er sprach also im Original von einer unheilbaren Immunschwäche. Im korrigierten Text sprach er nur noch von einer Immunschwäche, deren Dauer wir noch nicht kennen. Wahrscheinlich bezog er sich mal wieder auf eine neue Studie, eine Studie zu Long-Covid, veröffentlicht in der Fachzeitschrift Nature Reviews Microbiology Long-Covid. Eigentlich ist es gar keine Studie, sondern mehr eine Zusammenfassung aller bisherigen Studien und Erkenntnisse zu Long-Covid. So heißt es im Ergebnis der Untersuchungen unter anderem, Zitat, Mehr als 200 Symptome wurden mit Auswirkungen auf mehrere Organe identifiziert. Es wird geschätzt, dass mindestens 65 Millionen Menschen weltweit an Long-Covid erkrankt sind, wobei die Fälle täglich zunehmen. Und was macht die Tagesschau daraus? Dies hier, Zitat, Liebe Tagesschau, also es handelt sich bei den geschätzten 65 Millionen um eine Hochrechnung anhand gemeldeter und untersuchter Fälle. Wie viele Menschen sich weltweit beispielsweise mit Corona angesteckt haben und unter Long-Covid leiden, wissen wir nicht im Geringsten. Auch sagt diese Studie nichts zur Dauer dieser Long-Covid-Symptome aus. Doch Lauterbach hat in seinem ursprünglichen Interview behauptet, diese Immunschwäche sei angeblich unheilbar. Im Gegenteil. In der Studie heißt es, die meisten Long-Covid-Patienten werden nach einigen Wochen oder wenigen Monaten wieder gesund. Also, liebe Tagesschau, wenn ihr schreibt, 65 Millionen leiden an Long-Covid, dann müsste es ja ehrlicherweise heißen, haben möglicherweise mal an Long-Covid gelitten. Und wie viele von diesen 65 Millionen jetzt noch daran leiden, wissen wir nicht. Aber das wäre alles viel weniger dramatisch. Ja, da hat jemand an Long-Covid gelitten, das mag so sein. Aber nach drei Monaten waren die Symptome verschwunden. Und nochmal zu diesen 65 Millionen. Vor wenigen Tagen gab es eine Demonstration vor dem Berliner Reichstag. Aus den Medien erfuhr man, dass es sich um Long-Covid-Erkrankte handelte, die für das Thema mehr Aufmerksamkeit erreichen wollten. Auch Welt TV berichtete darüber. Bis zu 10 Prozent aller Corona-Infizierten sollen von Long-Covid betroffen sein. Von denen wiederum sollen 10 bis 20 Prozent unter chronischer Erschöpfung leiden, kurz MECFS. Und wieder das bekannte und falsche Narrativ. Bis zu 10 Prozent aller Corona-Infizierten sind betroffen. Aber hören wir doch mal rein, was diese Mutter gesagt hat. So auch die Tochter dieser Demonstrantin. Von der Politik fühlt die Familie sich im Stich gelassen. Ich ist seit einem halben Jahr schwer MECFS erkrankt als Folge von Long-Covid im Zusammenhang mit der Corona-Erkrankung und der Impfung. Oh, im Zusammenhang mit einer Corona-Erkrankung und der Impfung. Hm. Wahrscheinlich trafen sich vor dem Reichstag nicht nur Menschen, die sich zu Long-Covid äußern wollten, sondern auch auf die Gefahren der sogenannten Corona-Impfung hinzuweisen. Und nun wollen wir mal zum Kern des Ganzen kommen. Niemand weiß eigentlich, welchen Anteil die sogenannten Impfungen an diesen Symptomen haben. Nur mal als Beispiel. In der Neuen Osnabrücker Zeitung lasen wir vor einigen Wochen, Zitat, Sportlicher 18-Jährige wird Pflegefall und kein Arzt weiß, warum. Und weiter konnte man lesen, Bislang ist nicht klar, was Mara hat. Keine medizinische Behandlung in verschiedenen Krankenhäusern hat angeschlagen. Gegen Long-Covid spricht, dass ihre Schwierigkeiten schon vor der ersten bestätigten Corona-Erkrankung begannen. Sie war frisch geimpft, als die ersten Symptome einsetzten. Das bedeutet, dass sie nach ihrer Impfung mindestens noch einmal an Covid erkrankte. Sie war frisch geimpft, als die ersten Symptome einsetzten. Und kein Arzt weiß, warum. Hm, komisch? Also nicht falsch verstehen. Nach einer Erkrankung mit Covid können durchaus längerfristige Beschwerden auftreten. Aber das ist natürlich genauso bei der Grippe der Fall. Es ist ja durchaus dokumentiert. Auch durch die Influenza kann es zu Langzeitschäden kommen, besonders bei älteren Menschen. Es gibt nach unserer Erkenntnis bisher keine breit angelegte Studie, die Impfschäden untersucht und sich dem sogenannten Post-Covid-Syndrom widmet. Es gibt lediglich eine Schätzung, etwa von den Impfstoffherstellern. Und die fallen je nach Sichtweise niedrig aus. 0,2 Prozent, sagen sie. Okay, 0,2 Prozent sind zwar immer noch viel, aber natürlich viel weniger als die 10 Prozent, die angeblich an Long-Covid leiden sollen. Mal nur so am Rande. Wissenschaftler, die zu Long-Covid forschen wollen, bekommen derzeit so richtig viel Rückenwind im Sinne von Asche und Kohle. Gerade hat Karl Lauterbach 100 zusätzliche Millionen Euro an Fördermitteln für die Long-Covid-Forschung versprochen. Für die Nebenwirkungen nach einer sogenannten Corona-Impfung hat er nichts versprochen. Die Forschung daran scheint nicht zu interessieren. Steckt da vielleicht eine Absicht dahinter? Ich möchte jetzt aber keine Verschwörungstheorie in die Welt setzen. Es ist allerdings schon irgendwie seltsam. Alles, was jetzt so als Long-Covid diagnostiziert wird, könnte ja möglicherweise auch eine Folge der mRNA-Injektion sein. Aber wie gesagt, dass da so gar nicht nachgeforscht wird, ich weiß nicht, ist schon seltsam.